und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von phasmophobia mit der die hallo und burning hero hallo und scheint nur personen zu antworten die alleine sind ich nehme kamera mit und salz mit habe ich mit und salz dann nehmen dort mit wer hat ein schlüssel mit so schon nach oben gleich oder ich gucke hier unten erstmal und ich kann da oben schmack hast du ein termometer alex kamera als irgendwas finden und wie das klo müssen wir geputzt werden hier im schlafzimmer mhm hatte ich meinen hunger nachts duschen oder was gehört über das rmf ne ich guck grad termometer hast du gerade lichtern gemacht ja ich hab grad strom angemacht ne also hier oben ist guti hier oben ist guti ja na gut da oben war aber ein knochen äh ja hier wo seid ihr denn richtung garage hier habe ich auch neun grad sechs grad garage habe ich 14 ok also hier könnte fast hier so sein ne oh 4,5 ja dann mache ich doch hier mal ein bisschen salze ich hole mal kamera redet nur bei personen die allein sind ne ich stelle euch die kamera hier vor die tür genau sascha oder auch ein buch und sowas ja warte ich nenne mich ein buch mit im fußabdruck oh ja so zeit ist abgelaufen aktivität 1 ok jetzt kommt das wieder hier diese kamera nehmen wie war das noch mit dem nehmen am besten die hocke gehen ja und dann frei haben musst du so so ich habe jetzt noch mal eine kamera vorne hin jo minus 2,7 minus 3 7,2 also minus gerade haben auf jeden fall ja was brauchen wir noch ich habe UV-taschenlampe habe ich da gerade noch hingepackt in die tür du hast noch ein camera oder schau mal kurz er schreibt gerade ins buch aha die eine sieht gut aus und die andere auch wo ist denn das buch da das er gekriegt also schon mal ins buch geschrieben und gefriert temperaturen ne dort könntest du theoretisch wegnehmen bringen nichts mehr wie dort springen nichts mehr ja weil geister buch und gefriert temperaturen dann geht dort nicht mehr weil kannst du da lassen ja bloß der ganze fingerbrücke ach so nimmst du mal den dort ab aktivität 0 aktivität 0 aber irgendwas hat sich 2 irgendwas hat sich hier nämlich gerade bewegt vor gott sagen ich habe keine hand mehr frei hier ist noch ein dot ja ich komm ja oh äh äh aktivität sehen Tür zu ja schon gemerkt das war ein event Tür zu auf aber luft holen immer noch 10 ist immer noch 10 echt ja ist jetzt ist 2 was sagt du das ist eure sanity sagt 60 dörte und 69 was ben das war der pilz genehm ja warum müssen wir nicht die sanity sowieso runter bringen müssen wir oder nicht auch übrigens auch scheiße unter 25 was hast du noch in der hand sprachbox willst du sonst noch ein kreuz mitnehmen dass wir noch da vorne hinschmeißen zusätzlich weil dieses kreuz hat uns jetzt hier vorne glaube ich gerade auch ne ne ist nicht verbrannt ich hätte jetzt gesagt hat uns den arsch gerettet aber bestimmt nicht ja ja wunderbar fotoapparat und die dings so okay du bist jetzt zusammen rein was scheiße sind ne damit wir bisschen geschützend glaube ich ready jo redet aber nur alleine ne ich darf sie nicht vergessen deswegen ist äh so schmeiß mal hin da und kannst du den dort aufnehmen das sah gut aus dirty glaube ich also oh oh aktivität ist 2 ach so okay ich habe keine ähm in dem raum zumindest keine gefunden das heißt ja aber nichts ne wir haben jetzt gefrier und buch genau was ist denn noch also geister orbs haben wir nicht was ist denn noch relevant hier geister orbs haben wir nicht geister box brauchst du nicht gucken dort geht auch nicht wenn wir orbs nicht haben denn und auch keine finger abdrücke dann ist es schade oder dämon ne finger abdrücke weg ist schade also ja finger abdrücke weg ist schade zumindest habe ich jetzt nicht im raum keine gesehen das heißt ja aber nichts ich kann ja noch mit reinkommen mit ähm dingsbums aber emf war ja null da war ja nirgendwo ein ausschlag heiß und das liegt die ganze zeit eingeschaltet auf dem tisch das hätte ich ja hören müssen auch als er gehandelt hat achso also es hat ausgeschlagene aber war nicht fünf wir haben sie geflüchtet sorry okay aber du hörst es ja entweder schreit oder es düdelt nur bist du dir sicher dass keine geister orbs sind äh ja ich guck die ganze zeit da müssen ja irgendwo finger abdrücke sein oder emf noch fünf ist gerade auf fünf gestiegen hallo geil auf fünf gestiegen warten wir kurz noch eine schöne verbeugung machst du ich habe da noch eine dingslampe eingepackt ne ich habe eine in der hand kann ich dir nehmen ja genau wobei du den aus ja ich sagte sein finger abdrücke wie gesagt ich konnte keine sehen doch ja hier machen wir wir wollen euch schon mal dahin bitte gegen die scheibe achso ich muss meine lampe ausmachen wie mache ich die lampe nochmal aus cup t gut juhu den gben tutu sagt die gruppen sanity achso bestimmt die müssten wir auch noch unterbringen also es ist ein dämon 70 echt jetzt und wir müssen unter 25 kommen da muss der hero nochmal kurz mit rein glaube ich wenn Sascha hier vor deiner Tür steht ich würde nochmal eine Kamera rausholen Alex wollen wir nochmal eine Kamera rausholen mit beiden? wieso rausholen? nein er hat mich er sagt jetzt oh nein fuck warum bist denn du reingegangen? ja bin tot alles weg schiette secht fiete ich sollte an die Tür und er hat mich reingezogen ja das war schlecht du solltest nur an die Tür scheiße ja ich bin echt nur an die Tür und er hat mich reingezogen ich konnte nicht mehr zurücklaufen ja er war auch sofort auf 10 in dem Moment wenn so eine Aufgabe ist dann lassen wir es einfach sein weil das ist Quatsch oder ihr müsst eben auf 10 runter dann geht es ja auch äh dann dann waren wir nochmal ganz schnell die Kamera raus holen dann ist das was wir doch gerettet haben dann ein bisschen vom Inventar äh ich sag aha vor einem Bewegungsmelder raus holen der kostet der kostet 100 ja da haben wir drei von noch im Zweifel das Problem ist jetzt wenn wir beide reingehen ja also wenn nur einer ne ich hab keine Ahnung äh Alex du sagst ich soll rein ja super Idee was sagt die was sagt die Aktivität sagt die Aktivität ist null immer noch neu das Problem ist wieder das nehmen von dieser scheiß Kamera auf jeden Fall auf jeden Fall die Bewegungsmelder wird das mit kriegst ist schon ganz gut immer noch neu na komm hä wieso kann ich dir jetzt nicht hier hinwerfen so so jetzt habe ich eingemacht jetzt machst du ein ich finde wir teilen uns was heißt ich den Bewegungsensor jetzt ja mach mal dann gehe ich da immer noch neu dann gehe ich da noch rein und hol den hol die Kamera immer noch neu immer noch neu wo ist denn hier noch eine Kamera da zwei ja ich habe ihn gehört und ich glaube auch gesehen bin mir nicht sicher so haben wir noch irgendwas Wichtiges drin ihr hättet auch sehr liebte Föhn nehmen können wenn wir gerade ein nein wir sind immer noch nicht unter 25 ich glaube auch das so stimmt das geht geht glaube ich auch kaum das ist echt krass so haben wir alles Wichtige zwei Kameras den Bewegungsmelder Sascha Sascha äh starke Kamera äh starke Tasche habe ich auch da noch mal geholt dann würde ich sagen lass uns fahren oder was lass uns locken den Dämon hast du gelockt ich habe auch gelockt ich habe ich gelockt Sascha du auch sorry Sascha ja schier ähm er wollte dich er wollte dich unbedingt warum auch immer ja so wenigstens gab es ein bisschen was ihr Lieben wenn euch das Video gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da ein Abo ein paar Kommentare und dann bis zur nächsten Folge bis dahin tschööö